ja hallo und herzlich willkommen bei alles an der let's play omg 2 mit vinzenburg 2015 updated wieder natürlich open viga version 1 linie 126 wo ich ja ja fragen wir los erstmal zum den bus das ist ein mrn familien also familien genau heißt so ja wir haben hier natürlich die außen anzeigen sieht mega aus ja wir haben diesmal hier fahrräder hinten dran fahrräder wird dann hier hinten dran gehangen und wir fahren natürlich auch ein überland bus genug der dinge wir können auch noch mal machen wir mal 44 und 26 müssen wir nicht so lange war genau ich habe schon die hilfsfeind angemacht weil ich mit raumnavigation momentan nicht so kann man fahren wir sind jetzt lang da oder da warte mal wir drücken wir f4 Ah, hier müssen wir hin. Oder? Hm. Warte mal. Ne, muss ich nicht. Gut. So, warte. Warte. Hallo. Ah, wir müssen hier hin. An hier wird es. Ja. Was heißt? Ne, müssen wir nicht. Oh, Leute. Ich glaube, ich bin hier. Ja, hier müssen wir hin. Ja, genau. Hier sind wir richtig. So. Upsi. Warte, Alexander, will ich sich verfahren? Abfahren. Juhu. Und fährt er hier rein? Jo. Ja. 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 Das macht auch Spaß mit dem Plan, nur der Tank wird hier langsam her. Lenkrad können wir auch wegnehmen, machen wir mal was. Wir setzen noch was ein. Ist jetzt drin oder ist er noch ausgestritten? Wir müssen auch abfahren, wir sind zu spät. Wir müssen voraus. Nächste Haltestelle, Ehrenmannstraße. So, jetzt geht es weiter. Hi. Hi. Wir müssen ja zur Zoo fahren. Jetzt müssen nicht herfahren. So, ja wieso jetzt in nächster Haltestelle Oberwaffen immer zu spüren? Wir müssen generell ein bisschen weniger Videos kaufen, da bei uns nicht so viel gibt. Aber heute, da auch Köln erschienen ist, werde ich nicht kaufen, weil ich ja da mit einer Linie nicht unterstütze. Das ist, ja, ich sag mal da gar nichts dazu. Ja, gratis. Ja, ich hab jetzt hier kein Englisch. Ja, warte. So, jetzt. Jetzt. Jetzt will ich hier einmal. Jawoll. Alter. Ja, die hat jetzt auf Englisch gesprochen. Ich kann einmal auf Deutsch und Englisch bei diesem Hack einsetzen. Wenn ich sage, nö, ich möchte das nicht mehr haben als auf Englisch, dann muss ich auf Deutsch. Nächste Haltestelle, Ettenbüttel. Er, die habe ich aber gemerkt, oder soll ich morningen Theorem? Kan ich mir Warte mal, sehen wir überhaupt hier richtig? Ja, wir fahren jetzt auf die Autobahn. Gut, heizig. So, wir fahren jetzt auf die Autobahn. So, wir fahren jetzt auf die Autobahn. So, wir fahren jetzt auf die Autobahn. raus ist die Baustelle hui hui natürlich gibt der Link also den Link von dem Bus auch und das war die Barschmunde zu sehen, die Überschreibung war und alles ja, noch ein bisschen halb Yes, party. I like your Morgan Morgan. I like your Morgan Morgan. Photofillet's play for a short build. So, schnell weg. Bruder muss los. Die nächste Haltestelle vorm Felde. Die Türchen. Ich kann aber höflich Hallo sagen, oder? Hier ist die Haltestelle. Bruchfelde Teichgasse. Ja, das ist auch ein bisschen Problem. Da kann ich halt nichts machen. So, und weiter geht's. Aber die Methode kann ich mal weiß nicht. Die nächste Haltestelle, Bruchfelde Höhenstraße. Hallo Mann Kurt. Hallo Kurt Sauer. Sie können auch Hallo zu mir sagen, sie pöbelt. Böchent. 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 Ja, diesmal hab ich ja mal Frankfurt am Main oder das Wetter ausgesucht, weil... Nächste Halterstelle, drei Grenzen. Hab ich auch keine Lust hier. Ja, und... Genau. Ist ja nicht so weit mehr. Ist ja... Ja... Option der Bürgerskeit. Hallo. Hallo. Nächste Halterstelle, Schmalbach. Hallo. Hallo. Ich muss noch mal was trinken. Ich muss noch mal was trinken. Hi. 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 Andi zu mir. Nächste Halbstelle, Rüskön. Nein. Hochglaub man irgendwie immer. Und das embargo über die . schon wieder nach oben loslassen. Schon wieder fangen zu. Kaffee Moin! Moin! Yo danke! Better! Zinieren Heischofball Oh! Arma! Ähm... Wir sind richtig Ja Nächste Haltestelle auf der Windenburgstraße Nächste Haltestelle Neuhof Hi! Guten Tag! Wie cool von außen! Wir sind Nu schärgessigen Pagirat Das war's für heute. Nächste Haltestelle im Dreistein. Hallo. Hi. Eine Tageskarte für eine Person hätte ich gern. Danke sehr. Das war's für heute. Das war's für heute. Nächste Haltestelle, Bernsstraße. Das war's für heute. Das war's für heute. Das haben wir hier bei der, wenn wir da feit sind. Nächste Haltestelle. Mahlzeit, Mahlzeit. Ja, das ist ja ordentlich normal. Nein. Das hat die nochmal, damit wir so schnell sind, das geht. Ja, komm. Nächste Haltestelle. Okay. So. Okay. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 im Bürgersteil, oh oh, und nochmal. Ja, das ist es jetzt auch im Ziehen. Ich habe überlegt, soll ich abstützen oder nicht. Ja, wir kommen langsam zu Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Schreibt doch einen Kommentar unter diesem Video. Besucht mich bei Facebook-Fanchen. Lasst doch ein Abonnen, ist ja kostenlos. Nächste Haltestelle, Zoologischer Garten, zentraler Umsteigepunkt. Und wir sehen uns das nächste Mal. Vielleicht irgendwas mit all die Klappen. Oh, ich hätte mich auch noch. Warte mal, Garten. Jetzt sind wir bei Zoologischer Garten. Überall pünktlich. So soll es auch sein. Lassen wir erstmal die Leute aussteigen. Ja, bis hierhin. Wie gesagt, Freund, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben. Schreibt doch einen Kommentar für unter diesem Video, wie euch das Video gefallen hat. Wenn es gut gefallen hat, Daumen hoch oder der runter macht, ist in Ordnung. Und ich sage dann, bis zum nächsten Mal. Euer Alexander, LP. Ich sage dann, bis zum nächsten Mal.